Widerstand! Widerstand! Unterdrückung. Verstehe. Wir, das etruskische Volk, stellen folgende Forderung. Ich bin gespannt. Kein Aquädukt in unserer Stadt. Niemals. Nicht mit uns. Kein Aquädukt. Kein Aquädukt. Niemals. Kein Aquädukt. Hm. Warum? Wir lehnen das Aquädukt ab, weil es ein Symbol römischer Unterdrückung ist und mal wieder auf Kosten der Umwelt geht. Ganz genau. Verstehe ich nicht. Ein Aquädukt hat doch nur Vorteile. Außerdem ist es schon fast fertig. Gut, dann sagen wir eben, keine zwei Aquädukte hier in Trier. Eins ist in Ordnung, aber eins reicht auch. Ja! Keine zwei Aquädukte! Wozu bräuchten wir hier auch zwei Aquädukte? Wunderbar. Hätten wir das auch erledigt. Sonst noch was? Ja, Sekunde. Ich schau mal eben. Ja. Ja. Ah, ja. Hier. Ja. Ähm. Germanen werden keine Sklaven. Vielleicht können wir darüber reden? Nein. Und das ist nicht verhandelbar. Das ist nicht verhandelbar. Prima. Ja. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Gut, ich denke, dann sind wir hier auch für heute mit unserem Aufstand durch. Ja, und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Geil. Wachen. Führt Sie ab. Ja. Wachen.